Ich versuche, mich reinzufühlen. Oh, 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 wir haben eine Antwort. Wir haben eine Antwort. Wir haben eine Antwort. Antwort, wir haben eine Antwort. Der Original Jode hat geantwortet. Ha! Was geht ab, ihr Zeus hier? Und Joshi auch. Heute zu Ach Jode, mir doch einen. Wir sind mal wieder unterwegs, weil sich so viele von euch gewünscht haben. Im, äh, Sex-Beichten-Channel. Das war so klar. Und in der nächsten Folge Jode, da besuchen wir dann wieder eine Stadt. Ich habe schon viele Nachrichten von euch bekommen auf Instagram. Das ist sehr schön. Hier bitte mein Instagram-Account. Folgst mir, Leute. Ich höre schon. Alter, dieses Mal ist echt schlimm. Egal, weiter geht's. Folg auch Karina auch. Mir auch. Folg Karina auch, genau. Wir gucken direkt mal rein. Soll ich schon raus? Der Channel hat ein paar neue Mitglieder bekommen. Wir sind jetzt bei 30.499 Mitgliedern. Ich bin immer noch nicht beigetreten, ist aber auch wurscht. Meine ehemalige Freundschaft Plus hat sich mal sehr verschluckt. Und musste... Oh, Alter. Junge, das kann ich direkt, das kann ich direkt nicht vorlesen, weil, Alter... Es ließ halt vor, Mann. Ich musste fast kotzen, als ich meine La... What the hell is even that? Ja, sie Menge und Druck trotz meiner Warnung unterschätzt hat. Bitte. Hä, trotz meiner Warnung? Der weiß das schon so. So, ey, mein Toy kommt hier mit 300 Sachen raus. Du weißt... Oh, Alter. So einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also, ich bin... Die Monetarisierung ist so... Also, ich bin echt sehr versaut, aber das ist schon echt übel. Boah, das geht gar nicht klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du weißt schon, einer postet einfach nur rein. Ich hab mit der Schwester meiner Freundin geschlafen. Ja, nicht cool, Arschloch. Wir gehen in die Kommentare. Wenn da jetzt so steht... Von beiden Seiten, ja. Von beiden Seiten. Nummer zwei, schreibt Hashtag Ehrenmann. Warum Ehrenmann? Das ist von beiden Seiten voll scheiße. Aber es ist immer so, Alter, die Leute sind so krass. Glückwunsch. Nummer vier, du bist ja ein ganz toller. Nummer fünf, und jetzt? Nummer sechs, gönn dir. War sie besser? War sie besser? War sie besser? Nein. War sie heißer? Ich kann wissen, jünger oder älter. Gute Frage. Zwillinge, Schwester. Wissen wir, hat euch gepeilt. Ich könnte was reinschreiben, aber ich muss leider dem Channel beitreten, um mitjodeln zu dürfen. Aber an sich... Warte, was mache ich jetzt? Ich trete dem Channel bei. Du willst echt reinschreiben? Und jetzt schreibe ich rein, so, war sie jünger oder älter? War sie jünger oder älter? Wieso? Was bist du fragen? Schau her. Arschloch, wirst du schreiben. Okay, und jetzt... Jetzt verlasse ich den Channel wieder. Ja, mal gucken. Vielleicht ist am Ende der Folge eine Antwort, aber man weiß es ja nicht schon. Alles brandneue Hits, die ihr bekommt. Brandneue! Brandneue! Krankenwarten! Das Handy flammt richtig auf. Du machst jetzt einen PMG-Effekt. Wahrscheinlich mache ich jetzt einen Feuer rein, Alter. Ich hätte gerne eine Beziehung, in der sie bei jeder Gelegenheit auf mir, vor allem auf Brust und Gesicht sitzt. Wenn sie auf der Brust sitzt. Also wenn sie halt... Wir hatten doch in der letzten Folge, hatten wir doch Facetitting-Herz. Weißt du noch? Ja, aber das war schon grenzwertig. Ich war auch so, was ist denn ein Facetitting? Warum? Ich versuche mich reinzuführen. Oh, 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 wir haben Antwort. Wir haben eine Antwort. Wir haben eine Antwort. Wir haben eine Antwort. Der Original Jodl hat geantwortet. HAAH! An Nummer 6, gönn dir was ich besser, schreibt er, besser. Ich bin Nummer 7, jünger. Dann würde ich ganz dringend mal meine Prioritäten überdenken, mit wem ich da zusammen bin. Ich weiß schon, das ist so gemein, Leute. Boah, das ist ein Arschloch. Leute, das ist echt gemein. Das war echt ein Arschloch auch, der Typ. Also, dass er das dann so reinschreibt, so, besser und jünger. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das ist geil. Das ist geil. Aber das gibt's heute ganz ein Wort dafür, Harina, eigentlich. Puh, Junge, es ist richtig warm schon. Ich kann nicht mehr. Okay, das ist voll krass gerade hier alles. Und Nummer 5, fragt, wie viele hattest du dann? Und der Original Jodler antwortet, sechs Frauen bisher und sie waren alle extrem heiß. Jörg. Jörg. Irgendwas machen wir falsch. Er war alt, er hat Sugar Moms gefunden. Ja, eben. Das ist wahrscheinlich das, wie wenn sich, äh, äh, wenn sich Mädels Sugar... Ja, weißt du, wie sie doch mal aussagt, die waren alle heiß, alle so. Wahrscheinlich, der Typ lebt nur im Porno. Porsche, Schlüssel in die Hand gedrückt. Drückt so. Fahr mir da runter, testen im Wagen mal, ob er auch gute Achsen hat. Ja, also, guck mal drauf. Ja, Stehschlüsse raus, oder? Schon heute, ich hocke hier so, wieder mit dem Handy ganz. Hey, Frage, Frage an dich. An die Jungs, wenn ihr wisst, dass es später zum Sex kommt, holt ihr euch dann vorher einen runter, um besser standzuhalten und wann macht ihr das? Nein. Oder? Macht man das? Machst du das? Macht man das? Also, ich mach sowas nicht. Es kommt drauf an, ob du, ähm, jemand bist, der eher schnell... Ich mach mir ja Sorgen, wenn ich so... Wo der Zug schneller kommt. Ich sage nur, du hast schon drei Mal masturbiert am Tag und dann kriegst du irgendwann so eine Nachricht so, oh scheiße, es kommt scheinbar zum Sex heute noch, dann hätte ich mega Schiss. Dann bist du ja schon voll entladen. Du hast ja keinen Bock mehr, also, du bist ja nicht mehr... Wir gehen in die Kommentare. Nummer eins schreibt, nein, mach ich nicht, komm so schon schwer genug. Ohohohoho. Gut Alkohol, aber ja. Nummer fünf schreibt, safe wird vorher... Hey, ich brech jetzt hier an der Stelle ab, weil jetzt wird's langsam echt nicht mehr... Ist nicht mehr geil. Man muss manchmal so ein bisschen diese versauter Seite ausnehmen. So, man muss mal versaut sein im Leben. Ja, wenn ihr das Gefühl habt, Leute, dass euch gerade auch ziemlich irgendwie warm wird, oder ihr das Gefühl habt, das ist grad, ihr müsst euch jetzt gleich duschen oder so, dann seid ihr damit nicht... Das ist schon ein bisschen eklig. Ja, das stimmt schon. Aber ich weiß nicht, ich find manchmal braucht man es ein bisschen im Leben, so ein bisschen mal versaut sein. Wir verabschieden uns, sagen Tschüss, äh, schreibt uns gerne weitere Channel-Vorschläge in die Kommentare, welche Channel wir mal besuchen sollen. Ich geb mal als Beispiel sowas wie Plachwitze, Hassbewohner, etc. Was gucken wir da an? Dann natürlich auch weiterhin Städte, weiterhin natürlich auch mir gerne jodeln über meinen Instagram-Accountschicken. Oh, ja. JoshTart, hier eingeblendet, ist der erste Link in der Videobeschreibung. Oh, 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 oh. Okay, tschüss. Das Geilste mit dem Schirm, weil dieses... Machst du das? So. Ich bin das wieder. Aber ich finde die, dass ich heute nicht mehr so großartig sein kann. Und so, dass ich das großartig verletzen könnte, aber dann gibt es nicht mehr so großartig. Oh, ich weiß nicht mehr so großartig. Und so, wir übersehen. Und dann gibt's damit, wo immer noch vorne. Und so, was es wieder so lange mal wieder.